Hallo und herzlich willkommen wieder einmal bei Thomas Elektronik in Hamburg. Mein Name ist Thomas Orlowski. Wir sind hier örtlicher Fachhändler und dieses Jahr Weihnachten haben wir unter das Motto gestellt, die Größten, die Besten. Und heute haben wir für euch ein ganz besonderes Produkt, nämlich den Löwe Referenz 85, wie die Bezeichnung 85 sagt in Sage und Schreibe 85 Zoll. Das sind 2,23 Meter Diagonale, natürlich in rattenscharfer UHD Auflösung, wie ihr sehen könnt. Das ganze Gerät ist in einer hervorragenden Verarbeitung gebaut, nämlich besteht aus einer Kontrastfilterscheibe für extrem gute Schwarzbärte, hat rundherum einen dicken Aluminiumrahmen, selbst nach hinten laufen die Rückenteile in Aluminium zu. Das sieht also schon wirklich exzellent aus, aber damit nicht genug. Der Löwe kümmert sich auch um den Ton, ein Schwachpunkt vieler anderer Geräte im Markt. Das heißt, er hat eine 120 Watt Soundbar und beinhaltet einen Dolby Digital oder Heimkino Receiver, mit dem ihr aus dem Löwe ein ganzes Heimkinosystem machen könnt. Natürlich Twin-Triple-Tuner, alle Empfangsarten an Bord, natürlich der Festplattenrekorder bei Löwe an Bord, das Bild im Bild ist drin, die intuitive und logische Fernbedienung. Also alles, was das Herz begehrt und eben auch die motorische Drehfunktion und der dazu erhältliche Motor-Standfuß ebenfalls in massivem Aluminium. Das Ganze zu einem wirklich echten Aktionspreis zu den Weihnachtstagen. Schaut euch das einmal in unserem Shop an. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald mal wieder. Und tschüss aus Hamburg.